zu unserem Körper einzunehmen, besonders in China. Man sehr, sehr gerne gut ernährt oder diese Ergänzungsernährung zu sich zu ernähren, damit man lange leben könnte. Aber Herr Xiao hat mal diesen Ernährungsexperten, der ganz viele Bücher geschrieben hat, gefragt, wie wissen Sie diese Ernährung, Vitamin B oder E, dass die den Körper wirklich erreichen könnte, zu dieser Stelle, dass man gerne haben möchte. Und er könnte das nicht beantworten. The last one is called Healing Crisis. The so called Healing Crisis is also very simple. See, if we are healthy, we are healthy. That means our whole body's meridians are clear, they move just like clean water or river, move smoothly. So, if it is blocked, the garbage will be there, stopped, right? So, let's say, we imagine it's a pipe, let's say the meridians, you've got a pipe there, like a pipeline. The Qi is very small because it's blocked, right? You get used to it, but once you activate your Qi, the Qi gets stronger, right? That means the blocked area, we have bigger pressure, right? And then you have all kinds of pains, numbness or uncomforts. Yeah, these Krankheitssymptome, as he describes it, it's like a Leiton. So, you may have all kinds of unwanted or discomforting things like cough, like, you know, more water piping out, more sweatering or even dizziness or even get fainted. You have all kinds of things or reactions that is unwanted by you. But be sure, these are the things like the diseases inside you. If you don't have this one, you can never dig it out. If you do have it, then you will be revealed through this Qi movement. Maybe these symptoms even worse. And that's actually a good sign, that our body reacts and tells us where we are our problems. Excuse me, Ms. Schröder, can you sit in the front? Your back. Your back. This is the most important thing you know. Yeah. This is the most important thing you know. This is the most important thing you know. You see the last sentence here? The la-ji and the pa-ida process will enhance the energy in the body, either partially or as a whole. Das wird ermöglicht den Rechargen-Bodden zu fokussieren, auf den Rest des Beinzhao. Das ist die Krankheit. Die Qi wird einfach durchgeführt, bis es wirklich durchgeführt wird. Es ist wie ein Mar-Ton, ein Flaschen-Toylet. Das ist das Verschreibung von diesem Prozess. Nach diesen Dehnen- und Klochen-Übungen, das ist wie eine verstopfene Toilette. Wenn diese Allergie auf diese Blockaden durchmachte, das ist besonders, man reagiert, besonders stark, heftig. Jetzt haben wir so viele Theorie über die Pai-Da gesprochen. Pai-Da ist wie das. Ich denke, dass wir jetzt in die Realität kommen müssen. Können wir mal jetzt probieren diese Klochen? Ja. Ich denke, ich kann euch ein paar Fotos zeigen. Ja. Ich denke, ich kann euch ein paar Fotos zeigen. Ich denke, ich kann euch ein paar Fotos zeigen. Ich denke, wir können euch ein paar Fotos zeigen. Ja. Ja. Wir werden die Schmerzen verändern. Und einige Leute denken, dass es das Blöden ist. Nein, es ist nicht Blöden. Als es die Zeit geht, dann wird es nicht geschehen. Wenn es die Zeit geht, dann wird es nicht geschehen. Wenn es die Schmerzen ist, dann wird es nicht geschehen. Ich denke, dass es Blöden ist. Der inneren Blöden ab, das ist nicht geschehen. Das ist ein schönes Ausführer. Wir werden die Schmerzen verändern. Wir werden die Schmerzen verändern. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.